Kihon Shoto-Kan Hallo liebe Karate-Freunde! Wir stellen euch heute den zweiten Kihon Shoto-Kan Shoto-Kan vor. Zwar erst wieder das Kihon, danach die Kata, Bukai und Anwendung und danach das Kumitee. Als erstes Sambon Suki Jodan, Chudan, Chudan Nächste Kombination Rückwärts geht Neko Ashi Gatschi Shuko Ruke Maja Shigeri und Tate Nukiti auf der Jango sein. Nächste Kombination Rückwärts gehen Nächste Kombination Nächste Kombination र Jukuta Jukuta Nächste Kombination Tate NVA Jetzt nächstes wieder Mabate, nächste Kombination, rückwärts gehen Uchi Oluke in Sochi Dachi und Yaku Zuki in Sochi Dachi Aiyuuu Danachukamani Weiter geht's mit der nächsten Kombination, und zwar vordere Beine Ashi dabei, vordere Uraken, hinteren Beine Mabashigiri Yaku Zuki Ja Ja Die nächste Kombination, oder bei der nächsten Kombination, gibt es zwei Varianten, die ihr ausdrücken könnt Entweder macht ihr Kisameyaku und dann mit dem hinteren Bein Uraken Mabashigiri, oder Kisameyaku und dann mit dem hinteren Bein Ashi dabei, Yaku Zuki Also entweder Kisameyaku und mit dem hinteren Bein Uraken Mabashig Kisameyaku und mit dem hinteren Bein Uraken Mabashigiri, jeweils fünfmal oder oder Ihr macht Kisameyaku und mit dem hinteren Bein Uraken Mabashigiri, Yaku Zuki Auch fünfmal Ja Also Kisame Zuki Kisame Zuki, Ushiro und Yaku Zuki Und Yaku Zuki Und das war das Kion für den zweiten Kion Die Kata für den zweiten Kion ist die Basadai Und die mache ich jetzt einmal vor Basadai Ziehen das rechte Bein ab und schließen die rechte Faust mit der linken Hand Dann gehen wir vor in den Kursagachi Moroto Uchiduke Offene Hand Uchiduke Uchiduke Ein ganzer Fuß Hier Sotoru Uke Uchiduke Schön die Hüfte drin machen Dann Nagaschukru Hochziehen Sotoru Uchiduke Linken Fuß langsam ran Öffnen Zuki Uchiduke Zuki Uchiduke Zuki Uchiduke Von hier Den linken Fuß ransetzen Kurkutsu Uchiduke Und Kurkutsu Uchiduke Nach vorne Kurkutsu Uchiduke Nach vorne Vor Kurkutsu Uchiduke Und zurück Kurkutsu Uchiduke In Sengkutsu Uchiduke Umsetzen Und Shuto blocken Mit der linken Hand Unterstützt ihr die rechte Hand Jetzt von hier hochziehen Erste Kian Fäuste hier an die Hüfte Und Sotoru Kurkutsu Uchiduke Kurkutsu Uchiduke Noch einmal vorgehen So von hier jetzt Den Vorderfuß ran setzen Öffnen Und dann hoch das Knie Um die Hüften rum Ransetzen Und nochmal Zuki nach vorne Ja? Gut Alles statt hier Ransetzen Hochziehen 1 Abschluss Arme und Beine Anziehen Zuki 1 Und Nukiti Ransetzen Schön groß Locken Randziehen Dall mich nie hoch Dedaperei Und hier Mal gucken Ich öffne Heishoke Dann Fies rein M Ja? Gut So Hier Öffnen Dedap M Dedap Zuki Dedap Langsam Dedap 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 Uraki Uchi. Die zweite Bögen ist Kisameron. Yakusuki Uramawashi Uchi Uchi. Kisameron. Yakusuki Uramawashi. Kisameron. Yakusuki Uramawashi. Kisameron. Yakusuki Uramawashi. Auch hier wieder der Block. Teisotorunke, Getamparai und Schutorunke. Kondai Yakusuki. Kisameron. Kisameron. Jetzt kommt die Bunkersache aus der Basadei. auch hier zwei Anwendungen. Einmal den Anfang. Der Partner greift Shudan Oizuki an und wir versuchen jetzt diese Bewegung des Angriffs mit der ersten Technik, die gerade vorgemacht Rolle zu gegenzuwirken. Als nächstes Shudoruke. Die Rückwärtsbewegung Shudoruke in der Katabasada. Der Partner greift an mit Mawashi Geri und Yaku zu den Shudan. Man kann natürlich auch noch einen Hebel ansetzen gleich. Vor, dann hier heben, Konterdis, Konterdas individuell aus. Als nächstes zeigen wir euch das Komitee, das Jiripo Komitee. Ein Angriff. Beide Techniken. Wenn zwei Angriffe in einer Kombination sind, müssen beide Techniken geblockt werden. Und eine Kontertechnik. Die erste Bewegung ist jeweils rechts und links Kisamutsuki Yakutsuki. Die zweite ist Yakutsuki Chudan. Yakutsuki Jodan. Die dritte ist Uramamashi Geri. Oder Ushiro Geri. Wir werden euch heute hier nur den Uramamashi Geri zeigen. Weil der Ushiro Geri schon im dritten Kiyo Zeichen wurde. Und die vierte Angriffe Kombination ist Kisamutsuki. Und mit dem vorderen Bein Jodan Mawashi Geri. Die Bloks und Konter sind immer individuell. Hier sind wir zum Yakutsuki. Kiyo Zeichen wird Zubi, Kiyo Zeichen. Sie sind die Dritte Temperare. Kiyo Zeichen wird viele Bratele beig tricked werden. Ura, Mama Shige. Kisan, Duki, Mama Shige. Ja, das war eigentlich das ganze Programm, außer das Geokomitee, der Freie Kampf, der hier auch beim zweiten Cue zu zeigen ist. Dort müssen zwei Prüflinge miteinander kämpfen, genauso wie beim dritten Cue. Hierbei kommt es darauf an für den Prüfer, dass die beiden Prüflinge kämpfen können, dass sie die richtige Distanz haben, dass sie den Kampfwillen haben und dass sie eine kontrollierte Technik ausführen. Das ist das Wichtigste. Danach wird dann bewertet. Viel Spaß bei dem weiteren Prüfungsprogramm. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank.